Musik 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 Eritrea ist der einzige Staat mit einer Eisenbahnverwaltung ohne planmäßigen Eisenbahnbetrieb. Eine vergleichbare Situation gab es bisher nur im Libanon. In der Hauptstadt Asmara mache ich mich auf die Suche nach einem Einblick in den Alltagsbetrieb der Eritreischen Eisenbahn im Jahr 2007. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020